Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch erklären, was ihr alles für die 8-Ball bzw. Scratch Herausforderungen machen müsst, um dann den Stil für den Skin freizuschalten. Und zwar müsst ihr als erstes bei Rainbow Rental's Beach, Buzz und Lake Canoe landen. Der Lake Canoe befindet sich hier südlich von Dirty Dogs, also etwas südwestlich von Dirty Dogs an dem großen See. Müsst ihr hier einmal in der Mitte tanzen und dann habt ihr den ersten Teil der Challenge geschafft. Wenn ich gerade zum zweiten Ort fliege, könnt ihr natürlich gerne ein Abo auf dem Kanal da lassen, außerdem ihr werdet kommentiert und teilt das Video, ist kostenlos und würde mich auf jeden Fall extrem supporten. Außerdem schaut gerne auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei, dort werde ich mich heute auch wieder streamen und den Cup spielen, der heute wieder ist. Und hier seht ihr den zweiten Ort an dem Bus hier westlich von Steamy Stacks in dieser Bucht drin. Auch einmal tanzen und dann habt ihr den zweiten Ort. Der dritte Ort für die Mission, den ihr braucht, liegt südwestlich von Holy Hedges. Hier unten an der Küste bei den bunten Häusern, neben dem Hangar hier. Auch einmal tanzen und dann habt ihr die Challenge fertig. Der Rest sollte selbst erklärend sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.